Guck dir das an, diese Bilder sind von einer Maschine erstellt worden, atemberaumt oder nicht? Genau sowas kannst du auch, wir klären heute auf, was ist eine KI und wie kann man sowas erstellen. Mit dem Tool, was ich dir vorstellen werde, kannst du unbegrenzt Bilder erstellen. Uiih, das Video fängt da schon an, gut dass du da bist, dann können wir direkt mit dem Thema beschäftigen, mit der künstlichen Intelligenz. Und du denkst dir natürlich jetzt, ja mach, fangen wir mal direkt an und wir knattern da einfach mal knallhart rein. Was ist eine künstliche Intelligenz? Eine KI ist eine künstliche Intelligenz, die gelernt hat, menschliche Fähigkeiten zu adoptieren. Damit meine ich logisches Denken, Kreativität und so weiter. Man weiß nicht, was in Zukunft sich noch alles bilden wird, aber eins sei gespannt, wir sind gespannt. Und der Begriff AI gehört auch noch zur KI, das sollte man auch dazu lernen. mit Deep Learning. Das hängt alles zusammen, da müsste man ein komplettes Video drüber machen, damit man das genauer hier auffassen kann. auf jeden Fall ist GPT 3 gehört auch dazu. GPT, kennst du wahrscheinlich, ist es hier gerade in den Trends und überhaupt überall dabei. Du kannst sogar dein Klopapier damit berechnen. Aber da wollen wir nicht weiter aufs Detail eingehen, warum man Klopapier berechnen sollte. Schlechte Zeiten, ne? Weißt du Bescheid? Ach, wir wissen jetzt, aha, KI ist eine Maschine, die kann uns nachahmen. Okay, was kann das Ganze? Es kann eigentlich fast alles. Es kann Musik produzieren, Bilder produzieren, alles mögliche. Du musst es dir nur beibringen mit Deep Learning. Du musst sie mit Informationen füttern, damit diese KI dann auch weiß, was sie zu arbeiten hat. Ja und welche AI, KI, Tools, Software gibt es? Damit könntest du dich ehrlich gesagt totschlagen. Du könntest dich wirklich damit so totschlagen. Es gibt auch noch sehr viele unbekannte Software. Die kenne ich wahrscheinlich sogar nicht, die vielleicht sogar extrem krass sind. Aber wir wollen jetzt, ich werde heute mal eins vorstellen, damit du dich ja schon mal ein bisschen reinarbeiten kannst. Natürlich gibt es dann auch tausende andere, vielleicht sogar noch bessere, schönere, geilere. Man weiß es nicht. Aber damit kannst du dann schon mal ein paar Bittchen erstellen, dich reinarbeiten, reinfuchsen, wie auch immer. Auf jeden Fall arbeiten wir mit Stable Diffusion 1.5 und 2.1. Hey Google, schick Ali einen dicken Döner. Hier sind einige Ergebnisse. Ja genau, Ergebnisse. Wir gehen jetzt einmal auf unsere Lieblings-Google-Maschine und gehen mir Mage.Space ein. Nach dem Ergebnis, nach dem Suchergebnis, das hier angezeigt wird, müsste das die erste Seite sein. Mage.Space. Kein .de oder so. Space ist schon die Endung. Ja und dann sind wir hier auf der wunderschönen Seite. Oben kannst du einmal deinen Text eingeben, den du gerne generieren möchtest. Also das Bild, was du gerne haben möchtest. Die kannst du erstmal einfach anfangen. Auto, The Fat Man, was auch immer. Unten stellst du dann die Parameter ein. Die kannst du einmal einstellen, welches Bildformat du haben möchtest. Die Qualität kannst du hier noch von 25 auf 50 einstellen. Aber wenn du dich jetzt anmeldest, dann kannst du das auch ändern. Und hier kannst du Stability Usen 1.5 und 2.1 auswählen. 2.1 musst du dich auch für anmelden. Aber dazu kommen wir auch gleich. So und dann kannst du unten noch die Guardians einstellen. Die Guardians of the Galaxy. Nein, ich weiß. Ich spreche hier einiges falsch aus. Aber ich bin Sprachlegastheniker. Willkommen im Club. Was ist überhaupt die Guardians? Genau. Das ist dafür da, um einzustellen, wie genau und wieviel Freiheiten die KI hat, um dieses Bild zu generieren. Gehst du auf sehr strengen Modus, dann soll er genau das generieren, was du oben stehen hast. The Fat Man, dann generiert der auch nur dicke Männer. Fertig. So, ich geb das einfach mal oben. Fat Man ein. Was auch immer. Fat Boy. Wer kennt das nicht? The Worms. Richtig Atombombe und alles drum und dran. Dann musst du rechts einmal auf generieren klicken oder auf Enter. Dann wird das Bild generiert. Das könnte ein bisschen dauern. Dementsprechend was für Qualität man eingestellt hat. Und dann öffnet sich das gleich nur das Fenster. Und dann siehst du schon, er hat es generiert. Aber wer ist er denn? Einfach mal so ein Mafioso Boss? Nein, warte mal. Das ist das Boss Baby, Alter. Mitte 50 und haarlos, Alter. Da hat sich ja nicht viel geändert. Einfach mal auf einen Faller zu machen. Aber Spaß beiseite. So, wir haben das Bild jetzt hier generiert. Alles wunderschön. Dann hast du rechts noch ein paar Details da stehen. Da steht dann hier so Informationen. Wie groß das Bild ist. Wie groß und wie groß das Bild ist. Weißt du Bescheid? Das Bild ist groß. Groß ist es her. Lang ist es her. Nein, Scherz. Du kannst oben jetzt das Bild noch mal ein bisschen verbessern. Damit die Qualität noch mal ein bisschen hoch skaliert wird. Das wird dann mit der KI hoch gerendert und so. Du kannst das noch die Skalierung ändern. Da kannst du breitere Bilder machen. Mehr auf Hochformate, trainierte Bilder und so weiter. Für bestimmte Szenen lohnt sich da wirklich das dann auch umzustellen. Zum Beispiel willst du eine Fußballmannschaft auf das Bild haben. Dann lohnt es sich eher ein breiteres zu machen. Weil eben ein Bild, was im Hochformat ist. Da passt keine Fußballmannschaft drauf. So, jetzt generiere ich das Bild einfach nochmal neu. Und dann sehen wir mal, was so dann auch kommen wird. Aber was ist das denn, Alter? Stammt die von der Metzgerei ab, oder? Juh, die im Zuchtprogramm. Guckt ihr gerne dabei zu, ne? Aber Spaß beiseite, ne? Wie gesagt, kannst nicht reinfuchsen. Wir melden uns einfach mal auf der Seite an. Das kannst du ganz einfach mit Google machen. Dich mit Google da einlogen. Dann fragt er dich auch noch am Ende so. Willst du die Bilder, die du eben generiert hast, in deinem Account miteinander verknüpfen? Dann kannst du natürlich auf Ja oder auf Abbrechen klicken. Und dann gehen wir einmal oben links wieder zurück auf die Startseite. Wie du sehen kannst, hast du jetzt hier viel mehr Auswahl. Jetzt hast du die Möglichkeit auf Stable Diffusion 2.1 aufzusteigen. Ist es besser? Nein. Nein, ist sie nicht. Ist nur nicht gut trainiert. Also so kommt die Mannschaft vor. Wenn ich da Man eingebe, dann generiert der irgendwelche Zeitungsartikel. Muss man nicht verstehen, oder? Muss man nicht verstehen. Deswegen bleib auf 1,5. Da kannst du dich schon mal so ein bisschen reinarbeiten. Du kannst aber jetzt die Qualität unten auf 150 machen. 150 bedeutet bessere Bilder. Also wenn du jetzt da oben guckst, dann siehst du noch die Leiste, wo du den Text eingibst. Wenn du jetzt rechts nah hingehst, dann siehst du ein kleines Bild da. Klickst du drauf. Dann kannst du jetzt ein Bild als Vorlage nehmen. Wenn du zum Beispiel jetzt den Arsch nimmst, dann generiert der ähnliche Ärsche. Muss man nicht haben, ich weiß. Aber manchmal muss man ein bisschen Spaß haben, oder? So, das weißt du schon mal Bescheid, wie das Ganze funktioniert. Wenn ich jetzt noch auf generieren klicke, ist mir eh was passiert. Ist mir das mit generiert worden? Ich glaube, das verschleiere ich mal ein bisschen. Auf jeden Fall ganz in dir da die 8 Männer einfach mal so vorstellen, dass die einfach mal sehr leicht bekleidet da rumlaufen. Aber keine Sorge, da warte ich davor, bevor er solche Bilder anzeigt. Alles gut. KI Bilder generieren leicht gemacht. Jetzt weißt du, wie es geht. Und die Schlussfolgerung kommt natürlich zum Schluss. Das Video ist noch nicht zu Ende. Ich will dann noch ein paar Sachen dazu sagen. Nämlich bald kommen noch mehr Tools, die ich vorstellen werde. Einige sind noch besser als wie das jetzige gezeigte Programm oder Tool. Ich werde JGPT auseinander nehmen. Ich werde einfach alles von AI bis KI mir alles einfach mal angucken und dir zeigen. Deswegen. Aber was steht da denn? Folge Anti Wissen. Bald kommen noch mehr solche Videos. Und wenn ich jetzt sage, okay Google sing mir ein Lied vor. Ein Lied, das sing ich gern für dich, doch muss ich sagen ganz ehrlich, singen ist mir wunderlich. rather gern. Da Jefulness. Da Mrs.